Party bedeutet Huren und Schwulen-Party. Damals eben die Huren und die Schwulen einfach ein Fest feiern wollten. Natürlich zieht das Menschen aus dem Umfeld der Aidshilfe, Schwule, Lesben, Trans, Bi-interessierte Menschen. Jeder ist herzlich eingeladen daran teilzunehmen. In klar, es ist auch organisiert von der Aidshilfe und da haben wir sicherlich in vielerlei Hinsicht auch den Anspruch Präventionsarbeit zu leisten. Glamourös haben wir auf unserem Plakat stehen. So sind die Leute eben auch dazu eingeladen, sich, wenn sie denn möchten, ein bisschen schicker anzuziehen. Das ist eine Party. Es wird verschiedene DJs und DJs geben und letztendlich wird gefeiert und wird getanzt. Und es kommen Leute natürlich nicht nur aus Münster. Die Leute kommen aus den umliegenden Städten, aber gerne auch mal aus dem benachbarten Ausland. Also wir haben eine DJ in den Stargast unseres Abends. Das ist die Cassie Carrington. Dann gibt es den DJ Chris, der wird sie ablösen, beziehungsweise sie werden sich abwechseln. Und dann wird es noch verschiedene Überraschungen geben, verschiedene Auftritte, Walking Acts. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich die Besucher sich das Motto ein bisschen zu eigen machen, weil natürlich der Erlös der Party kommt hier unsere Arbeit, also dem Beratungsangebot der Aids-Hilfe zugute. Ein Fest der Vielfalt.